Ja? Auf gar keinen Fall. Meinst du das ernst? I'm so sorry. Okay. Ich bin Jeanne Gourso und ich spiele Tosnelda. Ich bin David Schütter und ich spiele Volkwin. Ich bin Lauren Trupp und ich spiele Arminius. Wir spielen jetzt das Beerte-Battle. Okay. Ah, Dark. Ich hab's noch immer nicht geguckt, aber nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Kannst du das bitte reinschneiden? Das ist alles drin, was ihr macht, Leute. Das ist alles drin. Das ist der Louis Hoffmann in Alt. Genau. Aber ich weiß auch nicht, wie sie... Zeig mal. Gucken wir mal, ob Louis Hoffmann gut altert? Wunderschön. Finde ich auch. Sieht ganz gut aus. Die Augen werden halt anders. Bisschen verlebt, aber das kann ich auch machen. Das ist ehrlich. Ah, ich liebe ihn. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Peaky Blinders. It's Arthur. Arthur. Er ist so geil. Er ist so geil. Er ist so toll. Er ist so toll. Er ist der Polizist von Stranger Things. Ja. Ich weiß nur, wie er heißt. Stranger Things. Der wahnsinnig... Der Sympathischste aus der ganzen Geschichte. Naja, der sperrt dir aber auch immer ein, die Kleine. Er ist voll der übernacht. Ja, er ist voll der übernacht. Die wurde gejagt vom FBI oder so. Sie halten aber super kräftig. Die kannst du dann schon mal... Hopper! Scheiße. Agent Hopper. Das ist Ragnar Lothbrok. Ragnar Lothbrok von den Vikings. Wahnsinns-Schauspieler. Geiler Typ. Ah, das ist von... Queer Eye? Ja. Genau. Ist es von Queer Eye? Ist es Jonathan? Ja. Oh. Oh, verdammt. Das sieht aber... Ja. Okay. Ist der Schnauzer echt? Oder doch? Vielleicht ist er einfach... Das ist uns nicht echt. Wir mussten uns ja alles aufkleben lassen. Also der hat wahrscheinlich eigentlich einen richtig ausgeprägten Wartwuchs. Total lustig, der Typ. Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. Und ich weiß... Teddy Cruz heißt der Mann, glaube ich. dass der da so unglaublich gut mit seinen Burstmuskern zu Beat wackeln kann. Darüber stellt sich der immer hin. Ich weiß es nicht. Der weiß... Das ist... Das ist der Mann. Also keine Chance. Weit ich nicht. Keine Ahnung. Terry Cruz. Terry. Professor. El Profesor. Ja. Ja. Von... Casa del Papel. Casa del Papel, genau. Cooler Typ. Geh ich auch aus mit dem. Ehm... Breaking Bad? Das ist Breaking Bad. Das ist... Water... Heisenberg. Walter White Heisenberg. Kommt auf die... Die Frisur oben entscheidet jetzt, ob er Heisenberg ist oder Walter White. Und das ist Heisenberg. Die beste Serie aller Zeiten übrigens. Ah, Sigmund Freud. Stimmt. Ja. Sigmund Freud. Ist auch ein mutiges Ding gewesen. Das ist schon cool. Berühmter Bart. Ja. Das ist... Das ist... Das ist... Das sieht aber nach einer Serie aus. Das ist eine deutsche Serie. Das ist eine deutsche Serie. Das ist der Bart von dem Tatortreiniger. Nicht schlecht. Bjarne Mädel. Bjarne Mädel. Eine Mundpartie, die mich selber schon so oft zum Lachen gebraucht hätte. Das vergesse ich nicht. Stimmt. Falsch. Stimmt das nicht? Das ist aus How to sell drugs online fast. Ja, schön mit der schiefen Nase. Thorsten oder so. Toschi. Bubba. Bubba? Ja. Ich war auf jeden Fall weit der König, oder? Was? Ich hab verloren? Ja, natürlich. Also, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, mein Bart wuchs... Ich weiß nicht, wie viel der zu tun haben wird. Aber ich fäll in allen Ehren drauf. Auf jeden Fall.